hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt hallo und herzlich willkommen zu minecraft program our game was soll es auch sonst sein und ja das ist ein neues projekt was ich jetzt vorhabe zu machen die nächsten wochen slash monate slash jahre slash jahrzehnte oder sonst irgendwas und ja wo geht es in diesem projekt herum wann kommt das also wie der name schon so ein bisschen verrät ich habe ja mein krieg die fans und kam als projekte und ich habe tatsächlich auch eine idee für ein weiteres projekt und quasi dieses projekt jetzt soll so das projekt sein wie ich einfach mal zeige wie ich so ein projekt erstelle das heißt ich werde mit euch den kompletten entwicklungsprozess durchgehen von ich habe hier diese eine idee zu brainstorming zu wir coden das tatsächlich zu wir testen das also wird eine sehr interessante erfahrung i guess für leute die vielleicht irgendwas selber in der richtung machen wollen oder die einfach mal so sehen wollen wie läuft das ab und vielleicht das ist auch natürlich auch so ein bisschen das ziel ich werde sehr viele tools euch zeigen die ich persönlich selber verwende ich werde auch den link zu bestimmten seiten downloads etc auch in die video beschreibung packen also da könnt ihr gerne direkt schon mal reinschauen wir werden nicht direkt am alle am anfang alle verwenden müssen aber im laufe der zeit auf jeden fall und gegebenenfalls wird die liste dann auch mit der zeit erweitert also lohnt sich auf jeden fall da mal reinzuschauen reinzuschauen genau so ein bisschen wie wird das ganze vom projekt her ablaufen was machen wir diese episode auch am anfang wird es sehr sehr viel theorie geben weil wir halt sehr viel planen müssen sehr viel ideen sammeln müssen natürlich wird auch geskripte dann wir werden testen und so weiter aber am anfang wird es halt sehr sehr viel theorie sein und zwischendurch halt auch ein bisschen theorie aber ich hoffe das ist für euch okay und es ist interessant bitte in die kommentare mal schreiben falls ein gewissen aspekt immer sehr sehr interessant findet oder wenn ihr sagt jo das ist langweilig macht damit mal es gibt da mal mehr parts zum beispiel wenn wir halt zum part coden kommen ob ihr sagt jo ich will da sehen wie du jede einzelne zeile da selber hinschreibst oder jo wenn wir verstehen was hier an dieser stelle das skript machen soll dann gibt das einfach wenn es eigentlich selbstverständlich ist so dann auch ein richtig richtig wichtiger aspekt es wird sehr sehr viel zuschauer bindung geben wir werden sehr viel diskutieren ich werde sehr viel eure oder eigentlich komplett wird halt eure kreativität in dieses projekt einfließen ich werde die aus euch heraus her saugen ja und deswegen jede episode versuche ich halt am anfang freizustellen die dann eben in die in die kommentare gepostet werden kann also ja dass ihr da auf jeden fall schon mal bescheid wisst ja haltet euch immer ready am ende jeder episode gibt es eine frage beantwortet die bitte und das ist auch direkt der hinweis weil ich eben sehr viel mit euch interagiere wird es nicht jede woche eine episode geben ich habe den upload plan jetzt letztens noch mal gepostet den findet ihr auch in der kanal info der aktuelle kann sich ja wenn das video in zukunft schaut und sich auf jeden fall ändern ist was ich versuche es immer montags zu bringen aber es sind auch andere projekte geplant es sind viele geplant für die jo kennen und ja deswegen also wenn eine folge pok kommt dann wäre das auf jeden fall immer montags so und wenn ja wenn mal ein anderes projekt oder format kommt dann nicht wundern dann habe ich ja also ich will halt lieber eine qualitative folge bringen wo ich halt genau weiß was ich mache als irgendwie däumchen drehen oder sonst irgendwie so erste episode ja wie der titel auch sagt so ein bisschen brainstorming wollen wir diese episode machen und dazu kommen wir jetzt direkt zum ersten tool was wir verwenden werden also wir gehen jetzt mal aus mein kraft raus und gehen mal in das nächste in das erste tool was ich euch vorstellen möchte also go zack und da sind wir auch schon das erste tool was ich gerne mit euch oder was ich euch zeigen möchte ist trello trello ist ein programm was ich tatsächlich auch privat verwende und was ich darin mache ist so ein bisschen zu planen was habe ich eigentlich vorzumachen also so ein bisschen task management dass ich halt mir auf jeden fall immer notieren kann was habe ich zu tun und so weiter ist eigentlich ganz simpel links auch in der video beschreibung und ich zeige euch mal wie das ganze aussehen wird also hier könnt ihr quasi verschiedene spalten einstellen und dann verschiedene karten und auf der karte steht dann was zu tun ist ist auch tatsächlich glaube ich irgendwie 80 prozent der hochzeiten werden über dieses tool geplant also lohnt sich auf jeden fall mal reinzuschauen also das erste was ich gerne machen möchte ist eine seite mit community fuß community entscheidung offen das sind entscheidungen die die community noch treffen muss dann würde ich auf jeden fall sagen fertig ist eine spalte die wir hinzufügen wo wir sagen okay hier haben wir alles rein was wir schon fertig haben und dann brauchen wir noch community entscheidung backlog oder wir machen es anders dann würde ich sagen in arbeit und wir machen uns ein backlog dass wir sagen okay wir haben hier sachen die im backlog legen sachen die sind gerade in arbeit und dann haben wir vielleicht noch zu so dann haben wir das hierhin fertig und ja das passt auf jeden fall so was meine ich damit was ich gerne diese episode erstmal damit starten möchte ist euch erklären was wollte ich was will ich eigentlich für ein projekt machen ja und zwar möchte ich ein projekt machen wo es also man startet quasi das spiel und es ist so ein bisschen wie mario party ist mir eben eingefallen das heißt es gibt mehrere spiele also man wird auf einer map sein und man wird mehrere spiele spielen hintereinander auf der gleichen map man kann aber ganz normal so ein survival beispiel ist das erste spiel du musst auf einem obsidian block stehen innerhalb von fünf minuten und wenn du das nicht schaffst verlierst du ein leben und ja dann irgendwie bei drei leben scheitest du aus so so ganz simpel zusätzlich möchte ich aber okay und dann wird das spiel quasi immer random ausgesucht aus den spielen und zu jedem spiel wird es aber immer eine zufällig extra rule geben die wir definieren das heißt zwei wichtige aspekte werden es halt sein die spiele die quasi gemacht werden und diese extra rules aber auch gleichzeitig noch so ein paar feinschliffe die ich aber jetzt gleich auch notieren werde das erste was ich gerne hinzufügen möchte wäre nämlich die erste frage an euch Projektnahme aussuchen so das ist die erste aufgabe und was ich jetzt hier eben machen kann ich kann ein label hinzufügen und dann würde ich sagen rot für youtube bedeutet eine community entscheiden entscheidung so und ich möchte nicht grün dazu haben so das heißt das ist eine community entscheidung und das wäre auch das erste thema wo ich sage das müsstet ihr einmal bitte in die kommentare schreiben überlegt euch einen projekt namen das wird quasi jetzt eure aufgabe sein also habe ich das jetzt mal in arbeit bitte in die kommentare schreiben falls ihr eine idee für das projekt habt kann ja auch sein dass sie erst später eine idee für den projekt namen habt so dann was ich gerne noch in zukunft machen möchte ist ein spielideen sammeln sammeln das wird auch eine community entscheidung sein das heißt weitere spielideen extra regeln sammeln das wird die nächste aufgabe sein das heißt wir werden spielideen sammeln ja so warum steht da community entscheidung plus so brauchen wir nur na ah ah so jetzt aber so spielideen sammeln extra regeln sammeln und ähm das nächste wäre natürlich die spielideen äh implementieren und das kommt natürlich nach äh spielideen sammeln das heißt das schiebe ich mal hoch und hier sagen wir zum beispiel ähm das gehört zu dem label äh skripten so dass wir wissen das ist eine skript aufgabe und natürlich gibt es dann hier nach extra regeln sammeln extra regeln implementieren so äh vielleicht machen wir es sogar so dass wir pro spalte eine episode machen äh dass wir vielleicht so ein bisschen ähm planen so episode 1 ja klar äh können ja sagen episode 1 ist projektname aussuchen das wäre quasi äh eure aufgabe jetzt ähm dann was ich gerne dann vielleicht sogar nächste episode äh episode 2 ähm was ich gerne machen möchte ist ähm ähm dann die basic struktur erstellen von unserem skript und das wird auf jeden fall skripten sein nächste woche und äh hier kann man eben dann noch äh so eine checkliste erstellen wo wir sagen okay äh das sind unsere to do's und jetzt sagen wir okay was wollen wir zuerst machen ähm dann eben äh basic bauen beziehungsweise ähm grundsätzliche function grundsätzliche function äh werden wir brauchen müssen ähm dann brauchen wir ein UML ein äh diagramm ich glaube ich habe das jetzt UML diagramm genannt es wird aber kein UML diagramm so wie man es kennt ähm dann wollen wir ähm die das konstrukt quasi für die spielideen dann brauchen wir das konstrukt für die extra regeln und dann brauchen wir auf jeden fall noch äh meinetwegen die joint phase vielleicht machen wir sagen okay grundsätzliche funktion dann brauchen wir die joint phase ähm und dann machen wir äh grundsätzliche grundsätzliche game logik so und dann machen wir vielleicht nochmal finale was man sagt oder win äh win logik wann hat ein spieler gewonnen so vielleicht fangen wir dann erstmal nächste episode mit dem ähm UML diagramm an ich gehe sehr stark davon aus dass wir die äh basic struktur über drei über zwei episoden brauchen ähm so können wir halt jetzt so ein bisschen planen I guess so lass mich mal kurz gucken äh stimmt äh gut ich habe mir hier auf dem linken bildschirm noch ein paar notizen gemacht die mir jetzt so spontan schon mal eingefallen sind ähm ich werde auch vielleicht offline ein paar sachen hinzufügen ähm das ist halt eben äh so auch der prozess man mit sehr viel auch ideen bekommen vielleicht habt ihr auch ideen die gerne hinzufügen und dann werde ich die halt auch hier hinterlegen und nein ihr bekommt nicht zugriff dann drauf weil äh 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 i don't know tatsächlich wie so die rechte definition hier so sind deswegen lassen wir das mal ähm ähm was ich noch gerne machen möchte ähm Idee für tote spieler das heißt oder ausgeschiedene spieler i don't know äh Idee für ausgeschiedene spieler implementieren was ich gerne machen möchte ähm und zwar äh Thema wenn man aus dem spiel ausscheidet ähm was soll mit den äh personen passieren das heißt dass man da nicht irgendwie ups äh man hört im internet die minecraft spinne äh also ist die frage ähm was soll äh mit diesen spielern passieren so ähm das würde ich vielleicht äh als Episode 3 bezeichnen vielleicht dass wir sagen okay ähm Episode 3 Basic Struktur erstellen äh also wir machen vielleicht den Projektnamen aussuchen ist jetzt noch nicht ganz fertig äh deswegen das wird vermutlich noch in Episode 2 mit übergehen äh äh was ich auch in den Backlog mal packen möchte ist auf jeden Fall das Infoformular äh Formular das würde ich mal als ähm eigenes Label bezeichnen irgendwie als äh sag ich mal Postwork oder äh oder ähm finale Schritte vielleicht wir wissen das sind so äh finale Schritte Organisation so dass wir sagen das ist das Infoformular also so wie es beim Minecraft ist I guess ähm dass wir da sagen ähm man hat eben so ein Google Docs wo alle Informationen auch hinterlegt sind dann ähm ähm erster Test ja dass wir sagen äh wir sagen zuerst mal vielleicht äh interner Test dass wir selber ähm bei uns das ganze testen äh also lokal und dann machen wir ein Pilot Test äh machen wir meinetwegen so zack wo wir dann eben sagen okay wir haben jetzt den ersten Test äh mit ein paar Personen die wir dann einfach zusammentrommeln und ähm dann eben äh das ganze schon mal testen so womit wir äh jetzt so ein bisschen auch dazu kommen was wir die nächsten Episoden machen werden also ich würde spontan sagen okay diese Episode haben wir das jetzt vorgestellt nächste Episode würde ich so ein bisschen die Basic Struktur anfangen ähm dann würde ich nächste Episode die Spielideen sammeln dass wir sagen okay äh bitte unter der nächsten Episode die äh Spielideen sammeln dass wir dann in vermutlich Episode 3 oder vermutlich 4 die ähm Spielideen implementieren äh das ist halt sehr sportlich okay nächste Episode wird schon sehr sehr sportlich I guess oder wir sagen äh Episode 3 lassen wir mal offen äh für gegebenenfalls dass wir da die äh extra Regeln sammeln dann haben wir mindestens eben 2 Wochen oder ihr habt mindestens äh 2 Wochen Zeit euch da äh was zu überlegen dann würde ich hier sagen extra Regeln implementieren äh und dann sagen wir einfach mal Episode 6 das ist halt wie gesagt der momentane Plan kann sich natürlich auch ähm ändern und dann sagen wir Episode 7 so jetzt kommen wir hier schon auch zu der Stelle wo man ein bisschen moving muss ähm dass wir sagen okay Infoformular und interner Test und Pilot Test äh lassen wir dann einfach mal erstmal im Backlog stehen weil es da noch kein genaues Datum gibt so das sieht doch eigentlich ähm ganz gut aus so wäre jetzt ungefähr meine Planung ich guck gerade nochmal ob sonst irgendwas ähm geplant ist oder auf meiner Liste steht bot I guess das sieht das sieht eigentlich ganz gut aus also ähm ich würde gerne jetzt schon anfangen mit Basic Struktur aber das wäre jetzt glaube ich ein bisschen ähm wir würden nicht weit kommen was ich euch gerne noch vielleicht zeigen könnte wie wir die Basic Struktur erstellen werden mit dem UML Diagramm da gibt es auch eine eigene Software die ich hier euch zeige ähm hier kann man eben so ein bisschen äh so Prozesse darstellen wo wir halt sagen ich kenne mich da nicht so ganz mit aus ähm aber wird glaube ich interessant also dass man hier als Starting Point sagt ähm Function oder was wir sagen gut das wird halt auch noch interessant ähm da das ja eigentlich eher Skripten ist dass wir zum Beispiel sagen äh Join Phase starten und das wird dann zum Beispiel das sein äh die Function Join Phase starten und damit wird halt äh zum Beispiel ausgelöst äh Summon Amor Stands Amor Stands wird das zusammengeschrieben oder äh so und dann könnte man zum Beispiel wie mache ich das jetzt größer eigentlich doch hier so am Rand wie mache ich das größer hallo ha ihr merkt schon äh äh so ganz bin ich kein Experte da drin wie kann ich das größer machen nö 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 eigentlich nicht aber oh weiter hier war so ein äh aaaaa hä äh okay ja alles klappt das ist mir glaube ich viel zu kompliziert so aber sowas zum Beispiel so Join Phase starten Summon Amor Stands so ist dann die Function die eben ausgelöst wird so machen wir noch zack äh sowas zum Beispiel und dass da eben noch mehr ausgelöst wird ähm bestimmte Werte gesetzt werden und so weiter also ähm dass wir da quasi einmal notieren und dann gibt es hier zum Beispiel eben nebenbei die äh die Loop Function ja sozusagen Loop äh Function ich glaube die müssen alle klein geschrieben sein die Functions also werden wir das vermutlich sowieso so nennen müssen und Join Phase starten wird komplett klein geschrieben und Summon Amor Stands glaube ich auch und die Loop Function äh ist dann auch zum Beispiel die ganze Zeit am Laufen ähm so dann würde ich sagen erste Episode wie gesagt sehr viel Theorie diese Episode es tut mir auch mega leid falls das jetzt irgendwie äh euch zu langweilig war die erste Episode ähm nächste Episode wird schon halt wieder ein bisschen interessanter was den Aufbau unserer Function angeht und äh ja ich würde sagen schreibe mal euer Projektnamen Idee in die Kommentare vielleicht werde ich auch eine Abstimmung machen vielleicht werde ich auch ein paar Episoden nochmal ähm ähm warten und ähm ja wenn euch die Projektidee gefällt schreibt es gerne in die Kommentare und äh lasst sonst gerne eine positive Bewertung da und ich würde sagen wir sind zu der nächsten Episode wo wir uns dann einmal äh äh schon ans Eingemachte begeben mit äh den Functions aufbauen sodass wir wenn möglichst in zwei, drei Episoden mit dem ersten Coding und actually umsetzen beginnen können also bedanke mich ganz herzlich für's zusehen wünsche euch auch einen wunderschönen Tag und sage tschö bis dann und man sieht sich sch 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 und sch 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 Vielen Dank.